Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopp TV. Hier ist der Fischkopp und an dieser Stelle käme eigentlich eine reguläre Folge Rust mit dem guten Dalu-Card. Allerdings waren die Steam-Server heute den ganzen Abend down und so haben wir es nicht geschafft zusammen zu kommen. Allerdings hatte der gute Mann eine sehr, sehr, äh, ich sage mal frische Idee, an die wir rangehen könnten. Und das hier soll ein kleiner Teaser dafür sein, denn wir haben jetzt einen sogenannten Battlefield-Server uns rausgesucht, auf dem man startet, ja, ich wiederhole, man startet mit genau diesem Kit hier. Und wenn man Schrägstrich-Kit eingibt, dann kriegt man auch wieder dieses Zeug. Und das finde ich richtig geil, das ist mal eine gute Idee. Das heißt, du nimmst jetzt, zack, deine M4, jetzt hat die hier keine Slots, man kriegt halt zufällig welche generiert. Die hat jetzt so nix, da kann ich auch nichts drauf machen, das ist ja sehr, sehr ärgerlich. Allerdings haben wir auch so eine Bolt-Rifle und da können wir jetzt, zack, hier, bäm, so ein Visier drauf machen. Dann würde ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt spielen würde, würde ich das ein bisschen umdrehen hier, würde ich hier so machen, würde ich sowas machen, würde ich hier nochmal Medi-Kits hinpacken. Und dann würde es auch schon losgehen. Man muss die Dinger nachladen, das muss man vielleicht wissen. Ja, die sind von Anfang an nicht nachgeladen, die haben einen Schuss jeweils. Und dann geht hier auch eigentlich schon die Action los. Während ich diesen Teaser mache, sind, glaube ich, nicht mehr so viele Leute auf dem Server drauf. What? Achso, ich habe mich verschrieben. Hehehe, elf Leute, jetzt werde ich wahrscheinlich keinen treffen, aber ihr wisst, worauf es hinausläuft. Wir werden hier rumlaufen, wir werden viel schießen und wir werden gucken, dass wir überleben. Ihr müsst mal gucken, hier haben alle hier Kevlar-Zeug on. Das ist also ganz schön tricky, das Ganze. Und ja, es erscheinen ständig irgendwelche Leute, die irgendwo rumstehen mit Kevlar voll equippt und wollen dich natzen. Und diesen Spaß wollen wir uns unbedingt gönnen, sobald wir wieder dazu kommen. Es kann sein, dass morgen dann schon die nächste Folge kommt und wir so ein bisschen hier Action auf den Tisch legen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz da hinten in meinem Haus gucken, ob wir da auch vielleicht jemanden treffen, dem wir kurz mal Hallo sagen können. Ja, hallo. Ja, hallo. Oh, ich habe hier etwas vorbereitet. So, wir testen hier mal kurz die Range. Alles klar. Wir haben ihn getroffen. Vielleicht machen wir auch Leute auch nicht aufmerksam. Jetzt mit diesen Schüssen hier. Der stirbt auch irgendwie nicht. Habe ich schon wieder nicht getroffen, oder was? Not noch, Digga. Not noch. Der Bär kommt. Der Bär kommt. Oh mein Gott. Oh yes. Okay, er ist tot. Ja, und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein für diesen kleinen Teaser-Info-Trailer. Wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Und ich glaube, dass es ganz schön abgeschlossen werden kann, wenn wir hier durch die Lampen ziehen mit diesem Equipment und nicht aufgegessen werden von irgendwelchen tausend, drei Millionen Tieren. Ich habe keine Munition. Ich werde sterben. Und ich habe keine Munition. Ich werde sterben. Ich werde sterben.